Über 84 Stunden war der Metzger zu Beginn der Dreharbeiten unterwegs, um die Obstbäuerin in ihrer Wahl Heimat Brasilien kennenzulernen. Der Aufwand hat sich gelohnt. Bereits im Staffelfinale gestanden sich die beiden ihre Liebe. Schnell schmiedeten Ulrike und Heiko gemeinsame Zukunftspläne. Der Allgäuer sollte mit Sack und Pack nach Südamerika umziehen. Doch das Unterfangen gestaltete sich schwieriger als gedacht, nicht zuletzt aus finanziellen Gründen. Jetzt gibt es den ersehnten Durchbruch. Ich hatte euch versprochen, Neuigkeiten mitzuteilen. Wir sind so happy. Die Dokumente sind da und am Samstag kann ich endlich mein Herzblatt wieder in die Arme schließen, teilt Ulrike auf Instagram mit. Demnach scheinen auch die bürokratischen Hürden inzwischen beseitigt. Somit steht einer Wiedervereinigung der beiden Turteltauben nun nichts mehr im Wege. Am 12. Oktober wird es auf dem Flughafen in Sao Paulo tatsächlich zu einem Happy End kommen. Die Fans des TV-Paares zeigen sich angesichts der tollen Nachricht begeistert. Das freut mich so für euch. Dieses Mal für immer, schreibt eine Userin unter dem Beitrag. Eine andere meint, haltet einander fest, genießt die Zeit. Jeder Moment ist einzigartig. Ulrike war in der jüngsten Ausgabe des Weltweit-Ablegers der beliebten Kuppelshow mit Inka Bause, 55, eine von zwei weiblichen Kandidaten. Vor knapp 13 Jahren wanderte sie mit ihrem Mann nach Brasilien aus und fühlt sich dort seitdem pudelwohl. 2020 verstarb ihr Gatte jedoch an einer schweren Krankheit. Vor der RTL-Kamera zeigte sie sich in den vergangenen Monaten aber bereit für eine neue Liebe und scheint diese in Heiko gefunden zu haben. Gleich das erste Treffen entpuppte sich als voller Erfolg. Heiko gestand der rothaarigen Obstbäuerin bereits nach kürzester Zeit seine Zuneigung. Ulrike war zunächst skeptisch. Ein Überraschungsbesuch in Deutschland brachte schließlich den Liebesdurchbruch. professionalist-innen und Vielen Dank.